Chaos Weltgeschichte – auf den Punkt gebracht Aus der ermüdenden Erfahrung heraus, dass letztlich jede Nation immer nur ihr eigenes Interesse pflegt, mit fairer Politik somit keine Weltherrschaft zu ergatten ist, sagte sich eine kleine Gruppe sehr reicher, wirklich sehr reicher Möchtegern-Weltherrscher schon in der Mitte des 15. Jahrhunderts insgeheim von jedem Nationaldenken und jeder nationalen Politik, insbesondere unter diktatorischer Führung, los. Aus dem Untergrund heraus organisierte diese Gruppe zuerst die amerikanische Revolution, bei der sich anno 1763 bis 1773 genau 13 amerikanische Kolonien vom britischen Empire losrissen, sprich von der britischen Weltherrschaft. Im Jahre 1780, also gerade einmal sieben Jahre nach dieser amerikanischen Revolution, gründete die gleiche Gruppe, Superreicher, einen erweiterten Geheimbund, und zwar um ihre Macht über die ganze Welt auszudehnen. Das war also schon vor 242 Jahren. Und dieser Geheimbund verschrieb sich dem Ziel, sämtliche nationalen Regierungen dieser Erde zu unterwandern, sie auszuhebeln und zu dominieren. Ebenso aber auch sämtliche Massenmedien zu unterwandern, Bildungs- und Rechtssysteme, auch alle wesentlichen Gesundheits-, Wissenschafts- oder Religionssysteme usw. All dies natürlich aus dem Verborgenen heraus, aus dem Untergrund. Im Jahre 1789, also nur gerade acht Jahre nach dieser erweiterten Geheimbundgründung und 16 Jahre nach ihrer amerikanischen Revolution, ich sagte «ir», gelang es ein und derselben Gruppe, die französische Revolution heraufzubeschwören. Und seht ihr, diesmal ging das französische Volk für sie auf die Barrikaden und beendete die Herrschaft von König Ludwig XVI. Und dann, wie ein Steppenbrand, einem Steppenbrand gleich, hat sich jene Revolution über ganz Europa verbreitet. Im Jahr 1917 inszenierte dann ein und derselbe Geheimbund auch wieder die russische Revolution. Über das von ihnen zuvor verhetzte russische Proletariat, sprich Arbeitervolk, stürzten sie den russischen Zaren. Und schon während diesen angezettelten Revolutionen spaltete sich allerdings dieser hoch elitäre Geheimbund in mehrere sich gegenseitig rivalisierende Geheimsekten. Hier wird es interessant. Diese Geschichte würde hier allerdings den Rahmen sprengen. Nur eines muss im Moment klar sein. Trotz krassesten Spaltungen und inneren Verfeindungen, und zwar auch religiöser Art, wirkten diese mittlerweile unterschiedlichsten Geheimbünde noch immer wie eine Krake zusammen, wenn auch nur taktisch dazu gezwungen. Denn die Geilheit nach Weltherrschaft ist ihnen allen noch immer gemein. Aber um deren bleibende Rivalität an nur gerade einmal zwei solcher Abspaltungen zu verdeutlichen, die US-Administration versucht, seit ihrem selbst inszenierten 9-11-Anschlag den Weltherrschaftskuchen ganz für sich alleine an sich zu reisen. Sie umfasst derzeit mit ihren Tentakeln Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, übrigens auch BRICS-Staaten genannt, und, und, und. Es gibt aber, wie gesagt, noch einige weitere dramatische Spaltungen auch religiöser Gattung, obgleich diese Geheimbundkrake nach außen gezwungenermassen noch immer zusammenhalten muss. Sie arbeiten zwar an ihrer Wiedervereinigung, scheiten allerdings beständig um ihrer Super-Egos willen. An sich selber, ja? Also, Kern, Kopf dieses krakenartigen Geheimbundes mit all seinen Tentakeln, sprich Fangarmen, war und ist aber immer noch bis heute ein und derselbe Kreis superreicher Satansverehrer. Das ist der Tiefpunkt. Diesen ist es gelungen, ganze Netzwerke von Geheimgesellschaften heranzubilden. Und zwar einen Sumpf aus Milliardären, Billionären, samt ihren Geldinstituten, Industrien, diversen Zweigen organisierter Kriminalität, Geheimdiensten, Religionsführern, Wissenschaften, Agenten aller Gattung. Kann man nur so aufzählen. Und all diese Umschlingen mit ihren Krakenarmen nun wirklich jeden Bereich völkischen Lebens, was uns die Corona-Pandemie nur allzu deutlich gerade vor Augen geführt hat und noch führt. Also von der Bildung über Ideologie, von der Kultur bis hin zum Gesundheitswesen, sie umschlingen die Massenmedien, Politik genauso wie führende Wissenschaften oder technische Entwicklungen. KI lässt hier grüssen. Auch Gesetzgebung und Jurisdiktionen werden von ihren Tentakeln beherrscht. Kurzum, diese gigantische Krake dominiert die gesamte Weltwirtschaft. Und wie das? Weil als Hauptstrategie zur Unterwerfung sämtlicher Nationen haben diese Hochfinanzgeheimbünder schon immer auf das Pferd der totalen Kontrolle über den gesamten globalen Geldfluss gesetzt. Sprich über den gesamten Finanzkomplex. Diese noch heute gültige Hauptstrategie fahren sie, wie gesagt, schon seit Mitte des 15. Jahrhunderts. Und die Sprengkraft ihrer angewandten List liegt in der Zins- und Zinseszinspolitik. Das ist der Punkt. Über diesen brachten sie mittlerweile fast alle Nationen dieser Erde in ihre totale Abhängigkeit. Erstaunlicherweise auch die ganz grossen wie China, Russland und so weiter. Besonders stark floriert diese Betrugstaktik im Verbund aber auch arrangierter Krisen, Katastrophen, Terroranschläge, hinterhältige Schürter, Kriege und, und, und. Und bei Letzteren verkaufen sie jeweils allen zuvor strategisch verhetzten Kriegsparteien ihre Waffen. Auf Pump, versteht sich natürlich. Darum wuchs auch die Abhängigkeit sämtlicher Nationen am allermeisten durch deren allseits zinsbelasteten Geldverleih. Das ist der Trick, insbesondere zum Wiederaufbau der zerstörten Länder usw. Mit der Anzettelung der ersten zwei für sie übrigens äusserst lukrativen Weltkriege haben sie schliesslich die totale Kontrolle über fast alle Nationen erlangt. Und zwar, ich wiederhole, vermittels gezielt erzwungener, gewaltiger Staatsverschuldungen. Wer immer sich von der Abhängigkeit dieses Hochfinanz-Geheimbundes befreien wollte, der wurde kurzerhand entweder terrorisiert, destabilisiert, geputscht oder in irgendwelche blutigen Kriege verwickelt. Einige sind hinten eingeblendet, nur so zur Erinnerung. Repetieren wir also kurz die Hauptlist dieser Super-Egos, mit der sie sich längst alle Nationen unterworfen und alle Regierungen gefügig gemacht haben. Sie erreichten das alles, indem sie alle Länder auf allen nur erdenklichen Wegen von ihrem Zinsgeld abhängig gemacht haben, mit Vorliebe durch irreparable Staatsverschuldungen. Auf diesem Weg fließt bis dato immer mehr Staats-, sprich Volksvermögen direkt in den Besitz dieser globalen Hochfinanz-Geheimbündler. Nahezu alle Staatsführer sind durch ihre Staatsschulden dadurch erpressbar, korrumpierbar geworden, und zwar inklusive russischer, chinesischer, saudi-arabischer und, und, und. Und hier kommen wir jetzt zum springenden Punkt. Denn ein und derselbe satanische Hochfinanz-Geheimbund war es, der auch den aggressiven Teil des Kommunismus und Sozialismus ins Leben gerufen hat. Warum das, wirst du jetzt fragen. Der Kommunismus ist doch der erbitterte Feind des Kapitalismus. Aber seht ihr, genau hierin liegt der grösste Irrtum. Das ist der blinde Fleck schlechthin. Die alle Länder dominierende globale Hochfinanz fürchtet nur einen potenziellen Rivalen, und das ist der Mittelstand, sprich die Kapitalisten der Mittelschicht. Wenn nämlich viele dieser Sorte in einem Land zu Millionären oder gar Milliardären werden, dann verschaffen sie sich dadurch doch auch große Macht, versteht ihr? Und genau diese Macht fürchtet der Hochfinanz-Geheimbund wie der Teufel als Weihwasser. Ein reicher Staat, nur als Beispiel, durchsetzt von Mittelstandskapitalisten, könnte ja die strategisch verursachten Staatsschulden, die zwecks Machtübernahme gepusht wurden, können sie über Nacht wieder abbauen. Seht ihr, das ist ihr Problem. Was diesen Hochfinanz-Geheimbund also wirklich interessiert, ist alleine die Macht, die Errichtung ihrer Herrschaft über alle Nationen, sprich ihre Weltherrschaft. Merkt euch darum vor allem dieses eine. Die Hochfinanz-Eliten sind darum keineswegs in erster Linie auch noch am Rest allen Geldes dieser Welt interessiert. Warum nicht? Gehört ihnen ja bereits. Sie wollen die ultimative Macht und unter sich wollen sie ein gefügiges, besitzloses, sprich willfähriges Volk von wehrlosen Sklaven. Das ist ihre Absicht. Seht ihr, genau wie es ihre kleine WEF-Marionette Klaus Schwab der Weltbevölkerung schon angekündigt hat. Was hat er gesagt? Der Einzelne, sprich das Volk, soll schon bald gar nichts mehr besitzen und sich damit dann völlig zufrieden geben. Was für Aussichten. Mit der Errichtung des kommunistischen, sprich Hochfinanz-Weltstaates, soll dem Einzelnen also keinerlei Macht, noch Mitspracherecht verbleiben, schon gar kein Recht, nichts mehr. Die totale Enteignung jedes Erdenbürgers zur Begleichung der allgegenwärtigen Staatsschulden soll dafür bürgen, für diesen Plan. Nicht Geld also, sondern Macht ist daher das letzte Ziel dieser Weltherrschaftssekte, wie ich sie einmal bezeichnen möchte. Sie hat ihr gigantisches privates Kapital doch schon immer zur strategischen Erreichung ihrer ultimativen Weltherrschaftsvision genutzt. Das müssen wir begreifen. Sie haben darum aus keinem zweiten Grund ihre Agenten schon immer unter die arbeitende Klasse entsandt, sprich unter die Proletarier, um diese dann gegen den Kapitalismus in Stellung zu bringen. Und in allen Farben gaukeln sie ihnen noch bis heute vor, was ihnen für ein wunderbares Glück winkt, sobald diese Kapitalistenschweine sie nicht mehr ausbeuten können. Und seht ihr, mit dieser Propaganda hetzen sie natürlich das Proletariat noch nie, zu keinem Zeitpunkt, gegen sich selber auf, sondern, wie gesagt, gegen den Mittelstandskapitalismus. Und jeder gutgläubige Kommunist sägt darum immer an dem Ast, auf dem er selber sitzt. Den Niedergang des Mittelstandskapitalismus beschleunigt dieser satanische Geheimbund aber auch noch durch arrangierte Krise aller Art, aller Gattung. So zum Beispiel durch dramatisch vorgegaukelte Klimakatastrophen, Seuchen wie gerade jetzt wieder, Pandemien, ja, Ölkrisen, aber auch durch real heraufbeschworene Flüchtlingsströme und all solches Zeug, ja. Und besonders die von ihnen inszenierte Corona-Plandemie führt uns doch gerade deutlich vor Augen, wie sie den gesamten Mittelstand der Erde mit brachialer Gewalt in Richtung Totalverschuldung zwingen. Seht ihr das? Verschuldet aber letztlich bei wem? Natürlich bei diesem allgegenwärtigen Hochfinanz-Geheimbund, weil in seinen Händen liegt ja, wie schon gesagt, alles Kapital. Und seht ihr, dieser Privatclub hat sich auch längst die Macht erschlichen, grenzenlose Mengen dieses Zinsgeldes aus dem Bahnen nichts zu schöpfen. Und all dies jeder legitimen Staatsmacht übergeordnet. Das ist das Problem. Der heute globale, digitale Finanzkomplex hat sich mit anderen Worten längst mit ihrem aggressiven Teil des Kommunismus den perfekten Partner geschaffen. Und er lässt durch diesen Partner den Mittelstand mit ruinieren. Ich sage mit, ja, dessen Ruinen er alle sogleich eintascht, während er seinen zum Extremismus verhetzten Partner unablässig weiter nach der totalen Verstaatlichung aller Dinge schreien lässt. Doch leider ist dieser Partner völlig blind für die Tatsache, dass sich jene Hochfinanz-Sekte währenddessen alle Staaten aufgekauft und sich dadurch bereits selber zur verborgenen Staatsmacht gekürt hat. Darum nennt man ja dieses satanische Konstrukt unter anderem ja auch tiefer Staat, weil sie sich als gleichsam verdeckter Staat untergrundmässig unserer Staaten bemächtigt haben. Noch immer begreifen sehr viele gutgläubige Politiker genau dieses versteckte Spiel nicht. Klärt Sie darum bitte darüber auf. Denn der Kampf um die endgültige Machtübernahme geht gerade jetzt in die letzte Runde. Jetzt wird es ernst. Alle widerstrebenden Länder, die noch immer auf Mitspracherecht und Demokratie beharren, werden über die Massenmedien dieser Geheimbünde verunglimpft, als rechtsextremistisch und böse, als antisemitisch und nun zunehmend natürlich auch nationalsozialistisch und sicher staatsfeindlich stigmatisiert. Mit der kürzlichen Ankündigung Chinas übrigens und Saudi-Arabiens sich nun vom Petrodollar abzudocken und den gesamten Ölhandel nur noch über chinesischen Reninbi oder Yuan abzuwickeln, gab die China-Russland, nenne ich sie mal, orientierte Abspaltung dieser Krake, gleichsam schon mal das Signal zur Übernahme ihrer kommunistischen Weltherrschaft. Ihre unlängst in China errichteten Geisterstädte, und zwar zwecks eigener Weltverwaltung lassen hier schon einmal grüßen. Seht ihr, hier spiegelt sich gerade nichts Minderes als der innere Konflikt der Krake ab, wie sie gegen ihre abtrünnigen Tätakel der US-Administration kämpft. Und diese hat sich, wie schon erwähnt, durch den 9-11-Terrorakt verselbstständigt, weil sie die Weltherrschaft, ich sage mal, in analoger Ego-Manier für sich ganz allein begehrt. Aber noch etwas spiegelt sich in diesem Szenario wieder, nämlich die Chance für die Völker, also für uns alle, dass sich diese Krake selber gegenseitig zerbeißt und zerreißt, wie gierige Piraten nach Beute fangen, das schon immer getan haben, oder vielleicht wie eine harpunierte Moräne, wie es es macht, wenn sie sich in sich selber verknotet und unnachgiebig im eigenen Schwanz verbeißt. Wer also beten kann, der bete, dass sich sämtliche Synapsen dieses Krakenkopfes gegenseitig selber eliminieren. Und wenn jemand sagt, das tut doch niemand, sage ich, jeder Mensch weiß es doch im Grunde genommen an sich selber, dass man, wie oft man Dinge tut, die man gar nicht will, und andere Dinge, die man will, tut man nicht. Also das wäre aller Welt von grösstem Nutzen, wenn sie sich selber eliminieren. Ich komme zum Schluss jetzt noch zu einem weiteren Lösungsansatz. Die Menschheit befindet sich derart im Würgegriff, dieser machtgeilen Super-Ego-Krake, dass es im Moment scheint, dass einzig ein allmächtiger Gott uns nur noch im Alleingang daraus befreien kann. Das wird allerdings nie so geschehen, zumindest nicht ohne unser aller Mitwirken. Das ist meine feste Überzeugung. Die umschlungene Menschheit wird aber für diese Krake ab genau jenem Zeitpunkt gleichsam selber zur Allmacht Gottes, wo sie sich endlich dazu aufmacht, diese Krake vereint und völlig furchtlos anzugehen. Und zwar samt all deren Tentakeln. Wie aber das fragen wir mit schlottenen Knien. Ganz einfach, wir haben die Krake ab genau jenem Zeitpunkt fest am Haken, wo wir gemeinsam ihre reale Existenz offenlegen und ausreichend ans Licht bringen. Das ist der Punkt. Sie verliert ab jener Stunde ihre Macht, wo die betrogene Weltgemeinschaft ihre wahre Gestalt und ihr trügerisches Wirken genügend durchschauen kann. Es wird sein, wie beim Zauberer von Otz. Sobald ans Licht kommt, wie klein und ohnmächtig diese Krake in Wahrheit ist, dass ihr Kopf im Grunde genommen nur gerade aus einer relativ überschaubaren Anzahl von Verschwörern, von Geheimzirkeln, Geheimlogen und Satanisten besteht, dann ist das Ende ihres Wütens gleichsam schon mal eingeleitet. Vor allem sobald deutlich genug ans Licht kommt, dass die Macht der Krake letztlich ja nur aus unserer Angst und Panik vor ihr besteht. Also wie der Zauberer von Otz hat sie sich nur gleichsam als riesiges Schatten Ungeheuer aufgebläht und so alle Welt in Schockstarre vor sich selber versetzt. Wenn es die Weltgemeinschaft aber klar TV und den freien Aufklären gleich tut und dabei hilft und unterstützt noch vollständig Licht in dieses taktische Dunkel zu bringen, ich sage mal dann platzt der ganze Bleff. Allen voran, wenn noch restlos ans Licht kommt, wo sich die Fangarme dieser Krake überall an unseren Systemen und Vertrauensleuten festgesaugt haben. Hört darum bitte mit dem Bloslegen dieser Krake nicht auf, bis selbst jedes Kind die tiefsten Verfilzungen unserer Vertrauensleute zu dieser Krake erkennt. Verbreitet die Sendungen, Corona-Sendungen von klar TV insbesondere an alle Politiker, an alle Abgeordneten, an alle Mainstream-Journalisten, so viel ihr könnt, immer wieder. Will man allerdings eine Krake bezwingen, wird der Kampf mit ihr aber nur umso heftiger, wenn man sich bloß mit einzelnen ihre Fangarme anlegt. Du fragst, warum das? Auf der Stelle wird sie ihre übrigen Tentakel um ihre Angreifer schlingen und zubeissen. Darum muss sie die ganze Krake angreifen. Wird sie nämlich am Kopf erwischt, erlahmen mit ihm auch alle Tentakel. Es gilt daher, den in dieser Rede benannten Kopf gleichsam bis zur letzten Synapse aufzudecken. Kurzum, sobald diese Verschwörerkreise samt ihren Verfilzungen ausreichend am Licht der Öffentlichkeit sind und das vereinigte Volk erhebt sich endlich in seiner Macht als souverän, dann erlahmt die Krake samt all ihren Fangarmen. Sprich, mit den Verschwörern erlahmt zum Beispiel auch der von ihnen instrumentalisierte und daher verfälschte Kommunismus. Würde man sich allerdings bloß mit einzelnen Tentakeln von ihnen anlegen, zum Beispiel mit dem verfälschten Kommunismus, selbst wenn man den gesamten Kommunismus über Nacht beseitigen würde, würde die Krake selbst am Leben bleiben, das müssen wir verstehen, und ihr Unwesen würde sie ungehindert weitertreiben. Trifft man hingegen den Kopf der Krake, dann fallen auch sämtliche von ihr instrumentalisierten Bereiche, so zum Beispiel Religion, von ihr instrumentalisierte Ideologien, Massenmedien oder verfälschten Sicherheitsbehörden, es fallen mit dem Kopf die Bildungs- und Wissenschaftszweige und und und. Mit dem Kopf dieser Weltherrschaftskrake fallen insbesondere aber auch alle von ihm unterwanderten militärischen Einrichtungen oder alle mit ihm verfälschten Gesundheitssysteme, Bildungssysteme und so weiter. Insbesondere Big Pharma mit ihren Plandemien und viele weitere Seelenhändler, die aus den Kraken geschürten Krisen Billionen Profite schlagen. Sie alle fallen mit, versteht ihr? Am dringendsten muss darum die Krake samt all ihren Krisenprofiteuren vom Licht der Öffentlichkeit gestraft werden, wie wir es mit Kla.TV immer demonstrieren. Denn sie haben aus ihren zuvor geschürten Kriegen, aus ihren fingierten Klimakatastrophen, Seuchen und dergleichen unfassbare Mengen Kapital geschlagen. Tun es wieder und wieder. Mögen alle, die sich aufrichtig um Schutz und Heilung der Menschheit bemühen, auch künftig von ihren Bemühungen finanzielle Vorteile, Profite haben. Aber all jene, die uns irgendwelche teuren Sicherheiten und Heilsangebote verkaufen, werden sie aber hinterhältig verfilzt mit den Dealern, zum Beispiel von Waffen, von Medikamenten, Drogen oder Heilstechnologien irgendwelcher Art sind. Ich sage, diesen muss ein vom Volk beschlossenes, absolutes Krisenprofitverbot auferlegt werden. Jetzt noch ein Letztes. Wer jetzt denkt, dass aufgrund meiner Ausführungen hier jede Form von Weltherrschaftsanspruch zum Vornherein vom Teufel sei, der hat mich falsch verstanden, er irrt. Ich behaupte jetzt einmal, die Menschheit kann nur durch eine Weltherrschaft zu bleibendem Frieden miteinander und zu bleibender Harmonie geführt werden. Es braucht eine Führung, eine Gesamtführung. Diese Weltherrschaftsnavigation darf aber weder von einer menschlichen Organisation noch von einem Menschen überhaupt dominiert werden. Weil wo immer Menschen herrschen, da herrscht zerstörerische Diktatur, und zwar selbst auch dann noch, wenn diese sich als menschenfreundlich, als Demokratie und alles möglichst schöne tarnt. Die Frage ist jetzt aber, wie kann die Menschheit unter einer Weltherrschaft funktionieren, wenn diese in keiner einzigen Beziehung in Menschenhänden liegen darf. Seht ihr, das ist eigentlich ganz einfach. Wir brauchen bloß auf die Tierwelt schauen, mit ihren Fähigkeiten. Die Schwarmintelligenz zum Beispiel, sämtliche Schwarmtiere zeigt uns doch, wie das geht. Die haben weder Kirchen noch Kathedralen, sie kennen keine Universitäten, keine Büchereien oder Lehrstühle und wissen doch, jedes Individuum weiss genau, haargenau, was es wann, wo zu tun hat, wie viel es beizusteuern hat, wo es genau wie viel in die Gesamtheit einzubringen hat. Die Menschheit lebt seit je, wie die Tierwelt auch, mitten in ganz natürlichen Navigationsfeldern. Navigationskräfte umgeben uns und Fähigkeiten ohne Ende, aber seht ihr, wir sehen vor lauter Bäumen den Wald nicht. Wir Menschen sind mit unseren eigenen Überlegungen und Gedanken eben noch nicht fertig geworden. Wir kreisen um uns selber, übergehen daher in aller Regel diese zahllosen Impulse unseres Natur, sprich gottgegebenen inneren und äusseren Navigationssystems. Versteht ihr das? Und weil wir um diese unsere Veranlagungen längst nicht einmal mehr wissen, funktionieren wir natürlich auch nicht mehr richtig. Diese ganze Problematik hier auszubreiten ging allerdings wirklich zu weit. Wer mehr über das wissen will, kann sich gerne auf unseren Webseiten etwa sasek.tv oder ocg.live darüber informieren. Wie sehr die Krake aber genau diese Form des völkischen Zusammenlebens fürchtet, zwar in Harmonie, das könnt ihr übrigens an unserer jahrzehntelangen Verfolgung durch sämtliche ihrer Massenmedien und so weiter ablesen. Weil wir leben schon seit vielen Jahren mit tausenden Menschen zusammen in diesen vollkommenen Navigationsfeldern und sie funktionieren wirklich in absolut göttlicher Präzision, aber nur, wenn wir uns getreu an ihre allgegenwärtigen, unverkennbaren Frequenzen des tief verbindenden Friedens miteinander halten. Wir zeigen euch gerne, wie das geht. Unentgeltlich, versteht sich. Ich bin Ivo Sasek, der seit 45 Jahren vor Gott steht. Ich bin von Gott. Ich bin